Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem etwas anderen Video, mal zu dem Video, was seit langem ersehnt war, weil es nicht ersehnt war, aber herzlich willkommen zu dem Video. Dieses Video ist jetzt das erste Video seit sehr, sehr, sehr langer Zeit und wie ihr schon gesehen habt, ich bin zurück und es geht weiter mit dem Kanal. Jetzt aber erstmal die hauptsächliche Frage, ich muss mal kurz in meinem Stuhl ein bisschen umsetzen. Jetzt die hauptsächliche Frage, mit was soll es weitergehen? Ich habe ja meine Spielebibliothek gerade geöffnet von Steam und vielleicht kann man sich schon denken, dass es mit dem Kanal bei Gaming weitergehen wird. Was jetzt weitergehend ist, wird mit Gaming anfangen. Das Gaming, was ich praktisch schon immer machen wollte, ich wollte eigentlich schon immer einen Gaming-Kanal aus diesem Kanal hier machen, aber damit dann diese Idee mit Dranks kam und sich das gut umgesetzt hat, habe ich mir gedacht, mache ich das erstmal. Aber mir war natürlich von Anfang an klar, das wird sich auf Dauer nicht gut umsetzen, weil es geht um einen Film und man kann keine 300 Videos zu einem Film machen oder so. Ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Das bedeutet, es wird jetzt jeden Montag, Mittwoch und Freitag, äh ne, Montag, Mittwoch und Donnerstag ein Video kommen. Am Montag wird entweder Terratech, äh, äh, ähm, 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 Bohamers, ich finde es gerade nicht, wird entweder Terratech Shellshock oder Shellshock Live kommen. Am Mittwoch und Donnerstag kommt dann, äh, höchstwahrscheinlich immer Ark, Survival Evolved, oder das Spiel, was euch am meisten zusagt. Das heißt, am Mittwoch kommt immer Ark und am Donnerstag, äh, kommt das Spiel, was, äh, die Woche davor die meisten Likes bekommen hat, bedeutet das, was euch am meisten gefallen hat. Also wenn jetzt, ich fange jetzt praktisch, äh, ab nächste Woche damit an, wenn ihr beispielsweise am Montag Terratech oder Shellshock, äh, am meisten liked, wird am Donnerstag darauf dann halt noch eine Folge davon kommen. Ich bin jetzt, äh, praktisch gleich damit beschäftigt, das Video hochzuladen, danach werde ich schon die erste Folge vorproduzieren. Ich kann euch gleich sagen, die erste Folge wird Shellshock Live sein, es wird immer praktisch so im Abschnitt kommen, äh, diesen Montag Shellshock, dann den nächsten Montag Terratech, und so weiter, ihr wisst schon, außer ihr wollt halt nur Terratech oder nur Shellshock, dann welche so machen, denn das sind beides Spiele, die spielt man mal zwischendurch und einmal in der Woche für eine halbe Stunde, ist doch ganz okay. Das war's jetzt eigentlich mit dem Video, wie gesagt, am Mittwoch kommt immer Ark, weil das ist einfach ein Spiel, das muss man spielen, ich hab 1010 Stunden, ich will vielleicht 1700 noch knacken in diesem Jahr, wird's wahrscheinlich nichts mehr. Obwohl, doch, könnte was werden. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, Leute, und wir sehen uns im nächsten Video.